Und willkommen zurück. Oh, ein Siebenpanzer. Nice. Unsere. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Ja. Was ist los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das will er niemals befehlen. Natürlich, hat er gesagt. Er sieht eben, was los ist. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Dann setzen Sie mich beim nächsten Depot ab. Es reicht, Lieutenant. Sie wollen nicht weg. Okay. Aber das ist keine Demokratie. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Genau. Commander. Joker, sind Sie das? Er lebt und lebt. Yeah. Na, dann auf den Schirm. Ach, nee. Toll. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das Systemverlust. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tassoni nachgeforscht, Dr. Tassoni aufzuhalten. Sie gewählt, Sie zu besiegen. Ich melde mich. Eckert Bindel. Na, super, die Verbindung. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Er hat erledigt. Die Verbindung war ja mal richtig stabil. Auch sehr viel verstanden. Das ist loko. Der Mars? Was glaubt ihr, was wir dort finden? Naja. Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Irgendwas mit Leara hat es zu tun. Mars, Kontakt verloren. Zusammenpacken. Nun ja. Und es ist doch unsere N7-Panzerung. Ah. Sehr schön. Ah. Ist sie nicht wunderschön? Das Blau steht hier extremstens gut. Ist sie nochmal gepimpt worden vom Antrieb her? Ich glaub, ja, ne? Sieht wieder ein bisschen anders aus. Wir haben auch wieder ein Shuttle. Wie man sieht, ist das mal sogar mit Waffen. Gibt's das etwas? Hm. Naja, nicht wirklich. Ich hab versucht, über sichere Kanäle den Mars zu erreichen. Aber niemand antwortet. Anzeichen von Reap-Aktivität. Negativ. Hm, Edi. Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich für einen Joker. Nur für den Sand. Verstanden. Norm an die Ende. Wir sind fast da. Na dann... Ist ja mal gut. Und von der Grafik her sieht das schon mal auch saumäßig lecker aus. Muss man einfach sagen. Das sieht doch von sich nicht so gut aus. Sandsturm oder was? Sieht auf alle Fälle gewaltig aus. Immer noch kein Kontakt zur Basis. Aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normen die kriegen. So, passt. Wird ja immer besser. Drücken Sie es. Oh, Level 31 sogar. Ist das nicht schön? Ja, ist es. Also, Gruppe aufleveln geht nämlich jetzt auch hier in diesen Bildschirm, wenn man im Spiel ist... Okay. Hier sieht man erstmal die Gesundheit von uns und den anderen. Ja. Den Ruf, den wir haben. Ein bisschen Vorbildlichkeit habe ich noch mitgenommen aus den 1 und 2. Aber das meiste ist abtrünnig. Und das ist auch gut so. So, wir haben 23 Punkte. Wir haben Warpwerfen. Singularität und Biotikmeisterschaft eigentlich schon sehr weit oben. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und das Auflevelsystem sieht hier wieder komplett anders da aus. Wie man sieht, also der Talentbaum für die einzelnen Sachen geht eigentlich relativ weit vor. Bis hierhin braucht man sich eigentlich noch keine allzu großen Gedanken machen. Hier hat man dann halt immer die Möglichkeit nachzuschauen, was will man. Gruppenmitglieder erhalten die Warp-Munition mit 50%iger Effektivität oder erhöht Gesundheits- und Panzerungsschaden um 7,5%. Erhöht Barrieren-Schaden um 15%. Das ist doch schon mal was sehr Schönes. Zurück. Cluster-Granaten. Werfen Sie diese biotischen Granaten-Cluster auf Ihre Feinde und sehen Sie zu, wie sie fliegen. Klingt lustig, will ich haben. Also, ähm, erstens mal, dass wir das überhaupt nutzen können. Eine Granate mehr. Ich glaube, dann sind es insgesamt drei Stück, wo wir tragen können. Ähm, Schaden 20%, Kraft um 20%, sehr schön. Erhöht Schaden um 30%, die Kraft um 30%. Wirkungsradius. Nee, lieber mehr Schaden. So, was ist da? Noch zwei weitere mehr. Ach ja, ähm, das kostet ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte, fünf Punkte, sechs Punkte steht hier und dann auch schön da. So, vier Punkte hätte ich noch. Dann gönnt ich mir noch die Schockwelle. Bringt eine Reihe von Feinden in einem K... Ja, bla bla, äh, förmigen Schockwelle zu faul. Das nehmen wir und jetzt langt es dafür gerade noch. Nee, langt es gar nicht, weil ich nur noch einen Punkt habe. So, bei den anderen beiden wird es ein bisschen länger jetzt da. Und Kryostrahl friert, äh, Leute ein. Das ist natürlich sehr nice. Aufladetempo 25%, Dauer... Erhöht die Dauer um 60%, das ist natürlich sehr schön. Wirkungsradius um zwei Meter, das ist natürlich nice. Ähm, erhöht Schaden gegen abgekühlte oder eingefrorene Ziele um 10%, aber für normalerweise, wenn man eh kritisch trifft, explodieren eingefrorene Ziele. Bewegungstempo um 20%, wenn man resistet. Ist gekauft. Ähm, Allianz-Offizier, Waffenschaden, Gesundheit und Schilde gehen rauf. Das nehmen wir auf alle Fälle. Überlastung halte ich mir noch ein bisschen frei. Aufspaltung entzieht dem, ähm, entzieht einem Zielgesundheit und stört seine Resistenz. Erhöht den Schadensschutz, solange die Kraft aktiviert. Ist sehr schön. Effektiv gegen Barrieren und Panzerung. Ja, das ist doch sehr nice. Das nehmen wir auf alle Fälle. Erhöht Kraftdauer um 40%. Wirkungsradius, komm, wir nehmen hier die Kraftdauer, bitteschön. Was hat er? Oh, Blutbad. Das ist natürlich sehr schön. Offensiv- und Defensivfähigkeiten. Das ist sehr schön. Hier unten hat man dann auch so einen kurzen Zusammenblick, Überblick, was denn damit jetzt auch noch genau gepusht wird. Das ist natürlich sehr schön. Gesundheit ist immer sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt kann ich hier wahrscheinlich genau auswählen zwischen den beiden. So, dann ist er da relativ hoch. Das ist doch sehr schön. Blutbad. Das ist natürlich was ganz Tolles. Reißen Sie ein Ziel mit diesem mächtigen Angriff in Stücke. Große Koteral-Schäden bei Feinden in der D. Effektiv gegen Panzerung. Also das ist irgendwie so ein Nonplusultra. Will ich mir auch holen. Ich weiß, das hätte ich mir am Anfang holen können, aber die Warp-Munition finde ich da noch ein bisschen besser. Äh, Wirkungsradius oder den Schaden. Kommt, den Schaden pushen wir. Kriegen wir das ganz rauf? Ähm, ja, das kriegen wir sogar noch ganz rauf. Handlungsunfähig zu Boden schlagen. Aufladetempo. Oh. Aufladetempo haben wir noch in der Hand. Das sehen wir dann auch noch. Erhöht den Schaden gegen Panzerung. Ja. Sehr wichtig, wie ich finde. So, damit hätten wir das auch hinter uns. Äh, ja genau hier die Midi-Gel, Credits und zu dem Rest kommen wir noch. Ich will ja hier nicht stundenlang in diesem Bildschirm rumsehen. So, das ist eine taktische Maschinenpistole, weil als Biotiker können wir eben nur die Handfeuerwaffe und eine taktische Maschinenpistole tragen. Beziehungsweise eigentlich umgekehrt. Das da hier ist die Pistole und das da hier ist die taktische Maschinenpistole. Ähm, er hat Shotgun und Maschinengewehr und er dürfte, ja, dürfte dasselbe haben. Nee, er hat eine Pistole und ein Maschinengewehr. Sehr schön. Okay. Das meine ich aber auch. Und es ist immer noch so, wenn man sich zu denen umdreht, hört man sie besser. So, und ja, mit V zentriert man dann eigentlich, ähm, immer solche Bildschirme oder diesen Ausschnitt. Und hier mit V sieht man dann allerdings auch, wo man hin soll. Habe ich schon im ersten Part eigentlich geklärt. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Allianz? Sergeant Reeves? Er hat vor seinem Tod keinen Widerstand geleistet. Hier stimmt etwas nicht. Halten Sie sich bedeckt, bis wir wissen, was vor sich geht. Verstanden. Meine ich aber auch. So, hier haben wir eine neue Waffe. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Bewaffnung zu ändern. Da wir allerdings noch kein Scharfschützengewehr haben, nehmen wir das einfach auf. Weiter, ähm, nimmt das einfach nur, ähm, auf, ohne es auszurüsten. Oder wir rüsten uns aus damit. Das tun wir natürlich auch. Sehr schön. Einsch... Was war das? Das waren doch Schüsse, oder? Heile Scheiße. Sie richten sich hin? Oh, das ist natürlich weniger gut. So. Dazu nehme ich aber jetzt erstmal die andere Waffe, weil solche Sachen einzuteilen, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man einen Sniper in der Hand hat. So, weil wir können ja unseren Leuten auch, ähm, sagen, was sie denn tun sollen. Er soll zum Beispiel mal auf ihn auf Spalten wirken. Und hier hauen wir jetzt einfach mal das Blutbad rein. Und ich hau hier hin. Die Singularität. Habe ich jetzt hier oben eigentlich alles untergebracht? Ich glaub's ja gar nicht. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Ja. Die Frage ist nur, was wird es ihnen bringen? Außer Tod, Leid und noch mehr Tod und noch mehr Leid. Ach, ja. Wir testen grad mal einfach alles aus. Das hat man jetzt nicht so gut gesehen. So ein bisschen besser. Also das, 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 ähm, explodiert auf dem Boot so bis zu dreimal, drei, viermal. Wenn wir bestimmt noch dazu kommen, dass das besser zu sehen ist. Bei ihr vielleicht? Nein. Das auch nicht. Okay, es ist relativ langsam. Das ist ja nicht das Problem dabei. Aber in engen Räumen ist das einfach geil. Das Zeug. Habe ich jetzt schon so oft bei den Gegnern gesehen. Also das muss jetzt dann auch bei mir geil sein. Ansonsten kriege ich die Krise. So. Die Typen waren von Cerberus, oder? So hat's ausgesehen. Cerberus? Was machen die hier auf dem Mars? Gute Frage. Sie wissen's nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen, Kai-Wern, falls Sie das meinten. Meinte ich nicht. Aber Sie müssen zugeben, das passt alles ein wenig zu gut. Ja. Cerberus ist immer dort, wo es Ärger gibt. Und eigentlich würde ich jetzt mal sagen, das hier ist das Cerberus-Zeichen. Also können wir schon mal ganz fest davon ausgehen, dass es ein Cerberus ist. So, noch ein bisschen schneller. Oh, 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 hör auf. So, hier macht das doch ein bisschen mehr Sinn. Oh, ähm, Granatenwarnung, wo ist die Granate? So. Ja. Ähm, direkt eigentlich vor mir. Das war ja sowas von klar. Nein, ich will eigentlich nicht drüber springen. Eigentlich will ich mal... Das sah aus. Das sah aus. Tja. Sieht nicht so aus, als wären Sie gewaltsam eingedrungen. Ja, da sind nur ein paar Fahrzeuge. Sie müssen Hilfe von innen gehabt haben. Da könnten Sie recht haben. Um diese Anlage einzunehmen, muss einer schon mindestens mit einem Bataillon ankommen. Tja. Verschreiß nicht, nachher sind die mit einem Bataillon da, ne? Vier Fahrzeuge hätten wir doch schon mal... Oh, Mann. Das kann ja noch heiter werden. Und die Klasse-Kranaten sehen cool aus. Oh, das ist doch ein nettes Spielzeug auf alle Fälle. Shepard, ich brauche eine klare Antwort. Worauf? Wie das mit Cerberus ist, warum sie hier sind, welche Verbindungen sie zu ihnen haben. Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Da ist da irgendwas, da muss was sein. Tja, sie haben für mich gearbeitet. Ich hab sie benutzt, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Dahinter steckt mehr. Sie haben sie ganz neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben. Hören Sie zu, ich hatte seit der Deaktivierung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum sie jetzt hier sind oder was sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Ja, es ist nur... Was denn? Kommen Sie darüber hinweg, Sie Lusche. Wenn Sie Cerberus nicht vertrauen, bitte. Aber ich werde Ihnen keine Rechenschaft mehr ablegen. Und unsere hübschen Namen sind ja auch verschwunden. Fällt mir gerade mal so auf. Mann, muss ich mir die alle neu verdienen? Ist das klar? Völlig. Ich wollte nicht... Oh oh. Und hat jemand Spaß? Ah. Da wird jemand Spaß haben. Die Verserberus haben auf keinen Fall Spaß. Bisschen zu schwer gepanzert für den Lichtschacht, äh? Äh, Schacht. Oh, Liara. Böse, böse. Oh, oh. Ja, das sah sehr schmerzhaft aus. Oh, Liara ist ja richtig kaltblütig geworden. Richtig böse. Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Hi, Baby. Gleichfalls, Liara. Ich war besorgt, als die Berichte kamen. Tut mir leid. Wegen der Erde. Ja. Es war schwer so, wegzugehen. Keine... Kai, dann. Tut mir leid. Aber... Warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja. Halleluja. Endlich antworten. Aber echt. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier? Auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Und das erfahren wir erst jetzt, wo die Reaper vor der Haustür stehen. Nein, eigentlich sind sie ja schon in der Haustür. Eigentlich sind sie ja schon auf der Erde. Liara, diese Informationen kommen viel zu spät. Wir wissen schon seit Jahrzehnten von dem Archiv. Warum jetzt? Eliminierungsprozess. Gemischt mit einer Portion Verzweiflung. Als sie das Alpha-Portal zerstört haben, hat uns das ein wenig Zeit verschafft. Aber dann wurde gegen sie ermittelt und ich wusste, dass sie etwas tun musste. Hm. Hackett wusste das auch. Er hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich meine Ressourcen als Shadow Broker dafür einsetzen würde, einen Weg zu finden, um die Reaper aufzuhalten. Meine Suche führte mich her. Hackett hat mir Zugang zum Archiv verschafft und mich über ihren Status auf dem Laufenden gehalten. Sehr nett von Hackett. Nur keine Sorge, Süße. Ihre Arbeit hier ist ein bisschen wichtiger. Ja, vermutlich. Jedenfalls hat sich meine Arbeit gelohnt. Das Archiv ist voller Daten, eine überwältigende Menge. Ich habe wohl gefunden, was wir brauchen. Na super. Das ist doch echt mal wirklich was Tolles. Klingt, als wäre diese Waffe unsere beste Chance, die Reaper zur Hölle zu schicken. Es ist keine Waffe. Was? Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Na toll. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir da ran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und was mächtig genug ist, die Reaper zu vernichten? Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Na toll. Wir kriegen Besuch. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Kein Aber. Sofort, Lieutenant. Aber schnellstens. Hopp, 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 hopp. Bewegung, Soldat. Ach nein. Echt? Ich kann sie auch hören. Nein, ich kann sie eigentlich nicht hören. Aber jetzt kann ich sie sehen. Sie haben uns gefunden. Ah, sie haben uns also gefunden. Hallo zu meiner lieben Singularität. Hallo zu meinem... Oh. Yeah. So, ich will da oben eine Granate reinhaben. Lass dich nicht ewig verstecken. Ähm. Das waren alle. Gut. Suchen wir einen Weg nach oben. Okay. Weiter geht's. Allerdings erst im nächsten Mal. In diesem Sinne. Baba. Baba.